Infraroch-LEDs. Die haben die Väter sich in die Hemden eingenäht. Unter-Hightech. Okay, vielleicht war dieser Banküberfall doch nicht so amateurhaft. Aber wieso begnügen die sich dann mit 5000 Dollar? Hallo. Hey. Wie hart ihr? Richtig? Genau. Danny. Das ist Nina. Hi, Nina. Hey. Moni. So. Hi. Danny. Ich kenne Sie. Kommst kurz auf. Lass mich raten, du bist ein Koch. Ja, ich bin ein Koch. Was ich nicht verwandt? Hose, Hemd, richtige Schuhe. Na ja, wenigstens trage ich keine Krawatte. Wie alt ist deine Tochter? Weißt du, dass ich eine Tochter habe? Haben Sie noch 5? Nein, an meinem Hemd ist die Läserzeug. Oh. Ja, siehe. Sie ist total verrückt, nach diesem Kram. Hast du Fotos von ihr? Von meiner Tochter? Ich habe jede Menge Fotos von mir. Sagt sie euch.